Bevor das eigentliche Video losgeht, wollte ich noch kurz sagen, dass wir jetzt einen eigenen, also dass ich jetzt einen eigenen DayZ Server habe. Dank Game.de habe ich einen eigenen DayZ Server, die IP wird jetzt hier eingeblendet, es gibt kein Passwort, es ist ein privater Server, das heißt, wenn ihr da spielt, sind eure Sachen neu. Dort werden zukünftige Community Events werden auf diesem Server ablaufen, auch werden wir unsere zukünftigen Let's Plays auf diesem Server abhalten. Das heißt, je mehr Leute drauf sind, desto cooler wird es auch für uns in den Folgen. Also Leute, äh, kommt drauf. Guten Tag, folgende Nachricht hat uns soeben erreicht. Stopp, stopp, stopp. Was macht diese Frau in meiner Sendung? Erst ab meinem Kommando geht es weiter. Weiter. Okay, danke sehr. Danke sehr für die Dings. Und der Folge ist, um etwas ganz Besonderes zu berichten, und zwar, wir haben in der letzten WorldZ-Folge verkündet, dass wir vielleicht ein paar Abonnenten in die zukünftigen DayZ oder WorldZ-Projekte mit einbeziehen sollen oder wollen. Wollen eigentlich. Genau. Und jetzt haben wir uns gedacht, okay, machen wir das, aber, und das Ganze wird so ablaufen. Also, wir werden jetzt, also, wir werden alle zwei Wochen so circa, ja, alle zwei Wochen werden wir vielleicht mit den Abonnenten, also, es ist kein fixer Zeitplan, aber wir werden auf jeden Fall vor, dass wir ein paar Abonnenten mit einbeziehen, weil es vielleicht ein bisschen Abwechslung reinbringt. Und jetzt folgendes, das Ganze läuft so ab. Diese E-Mail-Adresse, die jetzt hier eingeblendet wird, kapurto.gbx.at, das ist die E-Mail-Adresse, wo ihr eure Bewerbung hinschreibt. Und eure Bewerbung kann alles enthalten, also entweder ihr schreibt nur... Es ist das Wichtigste einfach, dass ihr uns überzeugt, dass ihr mit dir wollt. Genau, dass ihr uns überzeugt, entweder ihr auch mal ein cooles Bild mit irgendeiner Bitte oder ihr macht ein Lied oder ihr schreibt einfach nur einen überzeugenden Text oder ein Gedicht. Lasst euch was einfallen, die schönste Idee hat die größte Chance zu gewinnen, da bin ich mir so, okay, der will hier irgendwie mitmachen, da hätte ich was dabei gedacht. Zum Beispiel der beste Zweispieler, also was wir zu zweit spielen können, den Vorschlag, das war zum Beispiel so ein Ding, wo wir gerade ziemlich Probleme haben, weil wir nicht viele Spiele haben, die wir gerne zu zweit spielen können. Da wäre es zum Beispiel, das würde auch schon euch in die nächste Runde bringen, einfach das, was uns beeindruckt. Und wir würden das so machen, wir antworten dann halt auf diese Mail oder so, von denen das halt kommt und schreiben, hallo... Und schreiben ihnen, wann es uns geht, wie es uns geht. Das Wichtigste ist hierbei nur, dass ihr regelmäßiger eurer Postfach kontrolliert, denn wenn jetzt, sagen wir, wenn wir euch zurückschreiben und ihr schreibt vielleicht schon zwei Tage nicht zurück, dann kann das vielleicht schon ziemlich viel Zeit kosten und wir müssen uns an den nächsten wenden, weil da müsst ihr ja Verständnis haben. Also bitte regelmäßig euer Postfach kontrollieren und ja, genau, was ganz wichtig ist, ihr solltet, auf jeden Fall, ihr solltet, entweder, ihr solltet Skype und Teamspeak haben. Das sind zwei Programme, die ihr haben müsst, weil wir müssen irgendwie mit euch sprechen, Skype wäre uns fast noch lieber. Weil es von der Gesprächsqualität einfach mal ein bisschen besser ist. Genau, weil es von der Gesprächsqualität fast noch besser ist eigentlich, ja. Und was auch, das Wichtigste, was jetzt aber kommt, ist das Mikrofon. Ein Mikrofon sollte zu 100% passen, es sollten keine nervigen Hintergrundgeräusche sein. Also wenn ihr Papa oder Mama seid und ihr im Hintergrund weint das Kind, dann gebt es kurz zur Oma. Das ist ja ein bisschen sehr sehr, sehr wissend, oder? Rein theoretisch, ihr solltet euch viel Zeit nehmen, sagen wir es mal so. Ja, ihr solltet auf jeden Fall, also wir werden euch da noch anschreiben. Wenn, das Problem ist, wir müssen auf zwei Personen Rücksicht nehmen, das wäre, also wäre es gut, wenn in den nächsten Tagen dann Zeit endet. Also wir müssen nicht alles Dingsel, aber wir nehmen meistens am Abend, um 8 Uhr, 9 Uhr, nehmen wir meistens voll auf. Das kommt halt auf, wann ich da bin oder wann ich Zeit habe. Oder wann ich Zeit habe, ich habe nicht mehr Zeit. Aber auf jeden Fall, das ist halt das Ding. Mikrofon sollte passen, schickt uns eine schöne Bewerbung und lasst euch was einfallen, seid kreativ. Und ja, und das zweite Ding, was wir vielleicht zum Ankündigen haben, wäre noch, dass wir, ich meine jetzt haben wir schon etliche Folgen Warzeit und Dayzeit gezockt. Und es ändert sich ja nicht so viel, dass es eigentlich immer wieder lustig ist, das neu zu präsentieren. Ich meine, in Minecraft kommt jede Woche ein Update raus, aber es ist im Warzeit und Dayzeit eben nicht so, weil es noch kleinere Projekte sind. Und jetzt haben wir uns halt gedacht, dass wir vielleicht ab und an mehrere Spiele vielleicht zu zweit, die halt lustig sind. Also wir haben zum Beispiel, Dead Island kam schon der Vorschlag, nur wir wissen nicht, ob das langzeitmotivierend wäre. Weil es, Dead Island ist wirklich lange. Wir haben uns auch schon gedacht, okay, machen wir Saints Row 3, eine Part, zwei Parts oder Minecraft irgendwas. Also halt irgendwelche Spiele, die man nicht unbedingt fortführen muss. Genau, und wenn es geht, jede Woche. Also wenn ihr Projekte habt und sagt, hey, das wäre lustig, wenn ihr das so zwei zocken würdet, dann, äh, und, äh, ja, wir würden, wie gesagt, jede Woche gerne ein anderes Projekt, ein Zweispielerprojekt. Oder wenn es so gut läuft und es dann so viel Spaß macht, machen wir auch das öfter. Inzwischen hauen wir natürlich immer wieder in die Zeit, um Warzeit rein, weil wir es auch nicht vernachlässigen wollen. Oder eigentlich ganz coole Spiele sind, obwohl jetzt wieder die Diskussion kommt, was besser ist, aber, äh... Ja, 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 ihr könnt zwar eigentlich, genau, könnt zwar reingehen, wenn ihr sagt, was besser ist, aber, ja, und nicht hier flamen. Also wie gesagt, das Wichtigste wäre, wenn ihr Vorschläge habt, argumentiert es gut, äh, Mikrofone sollte passen, Skype, PS, bitte runterladen und bleibt, äh, oder Internet, wie gesagt, auch funktioniert. Und das Postfach bitte regelmäßig kontinuieren, nicht vergessen. Und, genau, das E-Mail-Postfach wäre ganz wichtig und, äh, für jeden weiteren Vorschlag, äh, über neue Projekte wären wir euch natürlich dankbar, äh, und... Ja, ja, also sagt, schickt uns eure Vorschläge, schickt uns eure Bewerbungen und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn da genug Vorschläge kommen, beziehungsweise neue Projekte und Bewerbungen zu DATED und WATED, und, ja, Dominik, noch irgendwas? Nein, das wär's dann. Nix, gell? Okay, also, dann machen wir noch hier so, und, äh, wunderschönen Tag, und dann, äh, Dominik? Drei. Drei. Zwei. Eins. Ciao. 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 Ciao.